Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte gerne ein Haar waschen und bisschen füllen. Ist Ihr Kollege da? Der war nämlich letztes Mal da und da hat es auch... Unser Kollege, mein Mann, also der Mann hat ja was zu tun da hinten, aber ich kann ihn genauso gut das machen. Sie werden das nicht belohnen. Okay. Kommen Sie wieder rein? Ja. Alles gut. Herzlichen. Kommen Sie aus der Gegend oder... Ja, ich wohne hier in der Stadt. Okay. Und beim letzten Mal hat das mein Mann den Kind. Ja, das ist schon so gefallen. Schatz, ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz eine rauchen. Hallo. Hallo. Ja. Danke. Ich geh zu. Hier. Und weil wir nochmal kleine große Schole mit dieser Schole haben wir, Untertitelung des ZDF, 2020